Willkommen Reisende. Heute befinden wir uns wieder auf der Welt von The Whiftbreaker. In der letzten Folge haben wir neue Abwehrtürme freigeschaltet. Diese werden wir nun in der Basis verteilen, die Verteidigung etwas aufstocken, noch ein paar Ressourcen sammeln, um dann endlich zu unserem Kobalt zu gelangen, was wir für Upgrades benötigen. Abwehrtürme mehr PowerPlants. Hier sehen wir auch gut auf der Minimap den Umkreis des Artillerieturms. Können wir vereinzelt mal hinstellen. Hier einen hin. Hier. Hier am besten einen hin. Hier haben wir die Mauer vergessen. Oh nein. Nein. Wir brauchen unbedingt mehr Ressourcenfelder. Ich sehe hier ist noch ein Ressourcenfeld, da wollen wir eine Minibasis drumherum. Wir brauchen ja nur die Ressourcen kurz. Wir müssen uns das befinden. Wir müssen das befinden. Die Ressourcen ist vorbei. Das ist noch nicht gut. Das ist noch nicht gut. Wir brauchen die Ressourcen. Wir brauchen die Ressourcen. Ja. Ja. Wir brauchen dasher. Wir brauchen das. kleine mauer rum bisschen strom 23 abwehrtürmer auf jeden fall auch im rift portal mit wenn was sein sollte wir schnell hinkommen es wörter hostile creatures are coming from a nearby nest we should go there and clear it out radar werden wir auch aufstellen damit wir ein stück weiter gucken können wo wir haben keine forschung ausgewählt das war nicht gut das müssen wir im laufen halten die forschung hier wasser geothermie kraftwerk das brauchen wir mal als erstes den waffen forschung schalten wir am besten auch frei schadet ja nicht so we have power shortages connect more power plants so jetzt das portal ist Jetzt legen wir am besten eine Mauer. Tür rein. Können wir auch die Türme besser platzieren. So, Knotenpunkte. Ein Radar müssen wir noch hinstellen. Lamenter. Warnung. Die Städte aus einem näheren Nest kommen. Wir sollten da und es rausnehmen. haben sie wenig strom zu wenig munitionen müssen unbedingt karbonit sammeln die lager munitionsfabriken haben wir ja schon boden platz damit hier nicht wer uns und unkraut wächst gleich viel schöner mit bodenplatten das nest ist leicht am nerven so Die kommen ganz dreist auch von der Seite. Brauchen wir da auch noch ein paar Türme hin, brauchen aber auch noch ein paar KI-Kerne. Und etwas mehr Strom. Sollte zwar nur eine kleine Basis werden, aber... Ja, keine Energie. Ach, bloß. Notenpunkte. Bodenplatten. Dann auf der linken Seite noch ein bisschen Abwehr verbessern. Ach, Turm. Eine Ecke. Verdammturm. Beidseitig. Kleine Maul rumziehen. Radet ja nicht. Wir brauchen unbedingt hier einen Reparatur-Turm, merke ich gerade. Ja, wir müssen gehen. So, reparieren. Mauer weiterbauen. Ah, wo kommen die denn jetzt her? Ah, die sind schon tot. Ein bisschen Biomasse einsammeln. Oh, hier ist ein Stein und Schlamm. Dann könnten wir eigentlich direkt noch ein Stück erweitern. Mauer hier eine kleine Tür rein. Ziehen hier sicherheitshalber Mauer. So. Hier eine. Eine neue Technologie hat sich entwickelt. Neue Gebäude sind notwendig für construktion. Warnung. Hostile creatures kommen von einem näheren Nest. Wir sollten da gehen und rausziehen. Wenn wir hier die ganzen Wände und Felsen direkt mit verwenden. Wir sollten da gehen. Irgendwo wird gekämpft. Hier eine Tür. Hier. Ups. Oh. Oh. Das Swift-Portal. kann ich auch nochmal hinstellen. Spart Zeit. Das Gute ist, Bodenplatten beschleunigen einen richtig gut. Also nur ein Stück. Also nur ein Stück, aber man kommt schneller voran. Und wenn man angegriffen wird, ist das echt gut. Das neue Gruppe von Hostile creatures kommen. Als nächstes sollten wir unbedingt das Nest zerstören. Der schickt nämlich ganz schön oft welche zu uns rüber. Aber. We have power shortages. Connect more power plants. Beine. Stromtechnisch sieht doch gut aus. Weiß gar nicht, was da mal rumheult. So. Hier ist giftiger Schlamm. Warnung. Warnung. Hostile creatures are closing in on our banks. Prepare for an attack. Werden schon wieder angegriffen? Irgendwo? Warnung. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. wo ich da jetzt hin das verlangsamt so sehr anders geworden ist hier war das die dinge sind gefährlich die wachsen hier weil wir keine bodenplatten haben das ist jetzt aber gar nicht gut das müssen wir gleich mal verhindern tja was halten wir das in unserer basis wächst auch ganz oben auf der mini mir dann viel näher aus brauchen unbedingt noch ein ressourcenfeld weil sonst können wir nicht genug munition herstellen jetzt auf einmal werden angegriffen oh nein der riesenfels der riesenfelschritte der riesenfelschritte Stärker als erwartet. Aber kommt hier halt mehr Verteidigung hin, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Aber wir können leider die Mauer noch nicht upgraden. Also geht's noch nicht ligger. Soll es ein Mauer. Soll ich die Mauer. Soll ich da was, ich habe das We have power shortages. Connect more power plants. It looks like the weather is calming down. Wind is getting. Wind is very slow. Windenergie. Aber noch Solarenergie. Brauchen aber trotzdem ein bisschen mehr. 114 plus. Aber sollten die schon speichern noch. Also wir haben hier ein Felsen. Das kann ich mal machen. Hier ist einer. Gehen wir hier die Wand lang. Ah. Direkt mit unserer Hauptbasis verbunden. Wind is picking up again. Power generation is back to normal. Sieht auf jeden Anfang schon mal nicht schlecht aus. Wir brauchen schon wieder KI Kerne. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Wir müssen mal gucken was war jetzt. Oh Geothermie. Das ist doch schon mal gut. Paketenwerfer. Explosivgeschosse. So. Das können wir noch nicht freischalten. Hier fehlt noch Hopquartier. Aber dann kriegen wir einen großen Angriff. Machen wir es mit meinem Leben schon wieder los hier. Einmal Konter teleportieren. Und dann kriegen wir es mit meinem Leben schon wieder los. In welchem Nest kommen sie jetzt? So. 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 Hier sind die Ressourcen aufgebraucht. Brauchen wir dafür auch ein neues Feld. So. So. Wir wollten hier eins aktiv stellen. So. 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 Da haben wir eins. Da oben ist einer. Geh'n ich auch noch keiner? Einer. Nur da oben ist noch. Oh, hier. Den haben wir ja gerade gemacht. Entweder holen wir uns das Feld noch. Oder das da. Wir brauchen nämlich viel mehr Ponyo. Da steht natürlich euer Monster dumm rum. Mhm. So. Hier ist Stein. Da ist ein Stein. Da auch. Ziehen wir da erstmal. Oh. Ah. 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 Oh nein! Strom, Strom, Strom. Ja, Strom. Den hier können wir scheinbar zerstören. Zwar noch nicht, weil uns die Waffe fehlt, aber deswegen konnten die hier durch. Da aber noch nichts hinbauen. Oh, da ist eine Wand. Auch. Oh. Wir haben Power-Shortage. Bis sonst hier wieder irgendwas wächst. Oh. So. Der Strom hier oben. Oh, keine Stromspeicher. Da. Oh. Ich komm hier, hohen, 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 hohen. Ich schaffe, Dammwerfer, 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 Artillerie, Fädenwerfer, eine Mauer. Oh nein, ein Riesenstein. Lass mich durch, lass mich durch. Oh, ist tot. Uiuiui, das war aber knapp. So, das deckt alles ab. Na schön und grad, Reparaturturm. Oh, wir haben gar kein Metall hier oben. Was ist das denn? Achtung. Ah, den könnten wir. Ja. Wir haben... So. Plus zwei. Ah, plus zehn. Dann können wir noch Munitionsspeicher anmachen. Warnung. Warnung. Hostile Kreaturen kommen aus einem näheren Nest. Wir sollten da gehen und es rausziehen. Da machen wir noch mal zwei ein. Oh. Oh. Hier ist die Mauer beschädigt. Okay, na. Da. Oh. Und Landwerfer. Oh. Und Landwerfer. Da ist grad ein Stein tot umgefallen. Ha. Ein Stein. So geil. Oh. 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 hier unten an, so wie ich mich hier aufhalte. Also ich höre sie schießen, aber ich sehe sie nicht. Ah, hier ist ein Feld, das könnten wir uns mal angeln. Wie war denn das? Produziert Wasser. Brauchen Matsch oder Schlamm? Wasser brauchen wir aber gerade noch nicht. Deswegen brauchen wir uns jetzt erstmal hier hin. Oh. Ich muss hier echt außen rum gehen. Besten Vorsicht, ein paar mehr. Oh, hier ist noch ein Ressourcenfeld. Hatte ich gar nicht gesehen. Ich habe so einen Berg geärgert. Ah, jetzt stehe ich im Schlamm. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg da runter. Da war eine. Ich habe gewusst, hier ist noch irgendwo eine. Ja, okay. Wir müssen hier eine Ecke bauen mit mehr Verteidigung. Strom, 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 Strom. Um. Gehen wir hier halt in der Mauer rum. Geht ja nichts. Am besten. Da brauchen wir aber noch ein paar KI-Kern. Wir werden nie zu diesem Kobel kommen. Zu wenig Energie. Sach bloß. Erstmal Heli-Porter sein. Ach, schwierig kann man gar nicht entspannt spielen. Aber das wird alles. Warum ist jetzt die ganze Energie futsch? Die ganze Energie ist aufgebraucht. Es fliegt direkt über uns. Wir müssen es nachher als es auf den Boden fliegt. Es hat auf den Boden fliegt. Es hat auf den Boden fliegt. Und sehen, was wir können lernen. habe ich nur und immer noch kein strom ja wohl nicht fahrzeug ah jama gilt Oh, da war Stromprobleme. So, wir können jetzt 230.000 Energie speichern, sondern die nur noch irgendwie produzieren. Keine Forschung ausgewählt, das geht ja gar nicht. Dann werden wir beim nächsten Mal erstmal neue Forschung auswählen, noch schönen Bodenplatten verlegen. Nichts geht über Bodenplatten. Zusehen, dass wir an mehr Energie kommen und vor allen Dingen an viel mehr Ressourcen. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.